Ja, okay, also, das gehen wir im Argenale Modify. Auf der 1 steht Ronald. Ronald Völker auf der 1 hat das erste Argenale auf die sich entschieden. Auch er hat die Möglichkeit hier im zweiten Mal alles viel festgemacht. Das ist der Grund oder der eine oder andere, was wir dagegen haben. Schmidt, Mark und Orkundin. Also schauen wir mal, was wir hier. Wer Helfer sind vollzählig. Auch uns stehen. Zweite Argenale. Moment, Herr Kummer, das ist vollständig. Moment. So. Zweite Argenale Modify. Fahrer in Beachtung. Zehn. Neun. Acht. Drei. Sechs. Fünf. Vier. Sechs. Zwei. Vier. Neun. Neun. Vier. Zwei. Vier. Vier. Also, Ronald, das sind gleich mal die Ersten, Martin und Martin Staura hat euch auch gerade gesagt, aktuell Staura, die sich das übernimmt, die hier an den Minuten hier drittelt. Ronald hat so gesagt, wenn er das erst da hinein, das versucht natürlich, Martin zu verhindern, um den Dritten auf der Funktion zu haben. Also, in vier Minuten haben wir noch. Martin, in der letzten Runde mit der Schlepperungsaus, kann sich hier so ein bisschen ranrollen. Er hat etwas besser vom Haar auf die Gerade gekommen, da ist er bei der Brüste. Ronald im Grünen, macht ihr den Weg. Und der ist noch hier im Hardwarekommand, das ist der Florian, hat gleich gesucht. Jetzt sind wir mit einigen, die beiden fahren hier sich endlich. Ronald hat was gemacht, wieder einmal der Gifflugger. Und auch hier vorne liegt das auch Kölner bei Krefel. Auch wunderbar gelöst. Also, die beiden fahren jetzt wieder auf die Reden an den Markt. Auch schon bei der letzten Runde, vier Kötel. Dreieinhalb Minuten haben wir noch auf der Höhe. Dreieinhalb Minuten haben wir noch auf der Höhe. Dreieinhalb Minuten haben wir noch auf der Höhe. Wir haben Rohreis vom Rhein kommen. Wir haben hier noch auf der Höhe drücke. Wir haben hier in der Höhe. Wir haben hier noch den Höhren. Und hier noch mit dem Rhein. Wir haben hier zwei Kölner. Wir haben hier zwei Kölner in das autistic. Und die beiden haben sie jetzt immer noch auf der Öhe. Das war ein ganzes Mal. Alle gelogenen Tauben von Rolf Kuhn. Rolf Kuhn. Jetzt der Halbogenbrief. Hinterhand war Janis Binder und Rolf Kuhn. Ein leichtes Lumpf von Rohreit. Und jetzt wieder rein. Jetzt haben wir jetzt eine Person, die noch mal richtig ist. Wir wollen die beiden aufhalten. Wenn ich das so sagen darf, die beiden haben ihre eigene Liege abgedreht. Ich bin in die beiden Fähigkeiten der Kinder, die wir davon genannt haben. Der Ottensiv, der ist eigentlich mit einem Alarm von Janis Tolerjus. Ein, der hat sie noch drei, vier, drei von aktuell. Und hier ist die Sonne auf den Blick, die haben wir noch was vorbereitet. Alle die Bühne sind gleich gehofft. Und holen wir den Wacken. Und hier ist die Sonne auf den Blick, die haben wir noch was vorbereitet. Alle die Bühne sind gleich gehofft. Die Bühne sind gleich gehofft. Wieder frei. Eine Minute angeht. Durchschnitt 1 und 2 in 4 von Paarland. Rundfunk rein. Unterkörper einfach. Und über ein Rundspiel. Oh. Ich auch auf den Zugriff. Die Bühne sind gleich gehofft. Weiter geht. Und weiter geht. Und weiter geht. Und weiter geht. Und weiter geht. Rundfunk. Rundfunk. Herr Lumpf. Rundfunk. Rundfunk. Lassen die Sekunden übertreiben. Rundfunk. 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 Wir sind in der Übertragung. Ich würde noch sagen, dass wir einfach noch so etwas auch mal abgehen, aber es wird nicht reichen. Hohe Völker ist deutsch-vermeister in der guten Montag, Hochmark Rader von Külpernhausen. Und dieses Mal, dann bitte die Schadfläche abstellt. Rader von Karneß. Nöse. Rader von Külpernhausen. Rader von Karneß. Nöse. Rader von Karneß. Nöse. 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 Krass, oder?